War hier noch ne Larventräner? Da kam auf jeden Fall nochmal welche runter. Aha. Der Larventräner war ja tatsächlich. Also die Gräser brauche ich gar nicht einsimmeln, weil ich eh kaum crafte, bis hin zu gar nicht. So. Vielleicht kann denn hier mal ein interessanter Kampf werden. Das wird das epischste Boxkampf-Turnier. Das Trimax-Boxkampf. Nichts. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Das meine auch. Steine könnte der maximal werfen oder sich heilen. Und warum ich das Ganze mache, ist einfach... Da vorne ist nämlich so ne komische Trainer. Und die wird zu uns selbst, meine Fresse. Ja komm, bring it on. Boxfight. Ich mach zwei Schaden, Alter. Das kann ja immer ordentlich lange dauern. Ich hab drei Schaden gemacht. Hey, drei Schaden. Immer noch besser als nichts. Ich piste der Boxfight ever. Ich schlag, ich schlag dir ins Gesicht. Wer würde jetzt erst so unten niedergehen? Ey, du hast jetzt echt einen Stein genommen. Wie frech. Ey, das macht aber irgendwie unerwartet viel Spaß. Ich seh ich selber mit, in einem Boxkampf ever gegenüberzustehen. Sofern es brenzlig wird, werde ich aber auch die Wölfe holen. So lange gibt's nur noch einen Boxfight. Ja, du kannst gar keine Waffen wechseln. Hüttnerin. Der Superman Punch. Boah, Alter. Nee, nee. Und, Angriffskombo. Mit meinem Kombo unterbrochen. Dieses Schwein. Wieviel macht ein aufgeladener R2 eigentlich? Werde ich nicht beurteilen. Vier Schaden. Ey, das ist doch so bescheuert, Alter. Na, komm. Soll ich den Kampf noch weiter rauszuhören? Nee. Komm mal her. Wölfe, Essenszeit. Wölfe, Essenszeit. Versuch es mal. Können ich den Backstablen? Ja, los, komm. Ey, Stein ein wenig in mich geschmissen. Nein, voll Unterschied. Nein, nicht mit Stein. Böse. Jawohl. Jawohl. Oh, fuck. Voll hinten reingeboxt. Das hat sie den Schrein gemacht. Au. Wer uns ja jetzt eh nicht mehr fokussen kann. Wölfe ich jetzt auch für den Angreifen. Werde ich dann auch mal mein Inventar wieder. Äh. Sortieren. Äh. Siegel der Göttings. Warum kann ich das nicht? Ich glaube 27. Hm. Hm. Ah, Clownsiegel. Stelken von Grunk. Göttersgab, eigentlich bräuchte ich das. Muss ich dann wohl erst mal das nehmen. Dann kommt hier das Qualmschild hin. Und dann haben wir den D. 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 Und D. Oh, dann sind wir mal wieder perfekt. Nein, nicht perfekt ausgerüstet. Fehlt hier noch was? Ach, deswegen konnte ich den Scheiß nicht benutzen, oder wie? Weil ich die Siegel weggenommen hab. Was ist denn? Warum konnte ich das momentan nicht benutzen? So. Hehehe. Ach, dann. Da ist der Kalle. Ah, ich hatte keine FP mehr. Warum konnte ich den nicht einsetzen? Silbertränen. Maske. Die hat noch was zusätzlich gebracht. Ja. Äh. Erhöhlt eure Arkanenergie zulasten körperlicher Angriffskraft. Ja, die Arkanenergie. Hm. Lack brauche ich jetzt eher weniger. Äh. Weil dafür würde dann meine Angriffskraft runtergehen. Will ich dann eher weniger. Wo ist? Ah, da ist die. Die Gnade. Ich habe ein schöner Fight. Muss ich sagen. Stufenaufstieg. Ja, wo wollen wir denn jetzt hingehen? Auf Glaube. Weisheit. Geschick. Geschick vielleicht, damit die, äh, Zauber ein bisschen besser casten können. Das ist natürlich auch was. Meine Zauber nicht mehr so langsam sind, wie sie jetzt gerade sind, sondern ein bisschen besser. Ich habe ja vorhin eh bloß einen roten Skarabius übersehen. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Anders als bei dem hier, der mir zum Beispiel einen Dunkelschmiedestein gibt. und ich weiß auch nicht, wie lange ich mich hier aufhalten möchte, weil und müsste man dann halt wieder Feuer anzünden, damit man wieder gegen diese Bestie kämpfen kann oder direkt in die Stadt gehen. Ich glaube, ich werde erstmal direkt in die Stadt gehen. Warte mal, habe ich hier nicht noch ein Item? Nö. So, dann, äh, so ein, zwei Feuerchen kann man ja mitnehmen. Ey, nicht einfach hinterrücks, äh, befallen einfach. Ah, du bist, du siehst, super, wurde ich jetzt getroffen, auch vom Pfeilen. Moin, hätten sie kurz, hätten sie kurz Zeit. Trifte ich sie für unser meisteres Produkt, äh, erwerben. Nein. Okay. Ah, das ist dieser komische, äh, zaubert ihn auch die, äh, angeistern. Wie zu erwarten von einem Schamanen. Ja, erstmal, immer erst als Zauberer wegmachen. Das hat mir meine jahrelange Videospielerfahrung, äh, beigebracht. Wenigstens etwas. Ey, zwei gegen einen ist aber auch ein viel. Äh, ach so, ich geht's, geht's nicht so weit runter. Ich dachte schon, ich wär stuck oder so. Wär ich stuck gewesen, das wär dann, äh, zu 100% mein Tod gewesen. Aber das zweite Feuer ist auch entzündet. So wie meine Augen. Aber ich könnte meine Wölf jetzt hier spawnen. Goldner Runde 4. Hello, Burschens. Irgendwo war doch hier auch noch ein von dem Teil, den man anzünden muss. Wirst wieder ein Hinweis gegeben. Äh, Fürst des Blutes, eure Eminenz. Ich leere euch an. Gewetten mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lang lebe die Morgwind-Dynastie. Lang lebe die Morgwind-Dynastie. Wir haben's auch schon beim ersten Mal verstanden. Musste es nicht nochmal wiederholen. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, ihr mit den Leuchtern Hörnern seid krass, hab ich so das Gefühl. Sechs Feuer muss ich insgesamt anzünden. Das ist Good to know. Und das waren auch keine Pfeile, das war ein Nässer oder so. So, ich weiß, dass hier, äh, irgendwo war noch, äh, ein roter Wolf. Ja, äh, machtet mich gar nicht. Wo ist denn der Wolf hin? Hä? Those bastards lead to me. Wow. Wow. Halt dich. Werde ich? Aber jetzt mal for real, Alter. Wo ist denn der? Oder stuckt der irgendwo am Boden? Nass. Den. Heiß. Ich bin mehr verwirrt als angetan. Dürft doch, glaube ich, logisch sein. Nee, nee. Boah. Der Nächste ist dann aber die Frage, wo ist denn der hin? Diese Frage stellt er sich, aber er wollte sie nicht beantwortet haben, weil er genau wusste, es wäre sein Ende. Oh, da kann man auch noch. Ja, Ratten, hey. Ratten sind die Tauben der, äh, des Bodens. Sagt man doch immer, oder? Kommt man da überhaupt rüber? Ja, das tut man. Alarm ab dafür. Ey. Ich will euch bloß kurz aus dem Weg schaffen. Ah, und angaff. Aber das zieht ja gar nicht wie die Hellbar da auf dem Boden lang. Wie ist der Name bloß ein ganz großer Schlag von oben? Ey, dieser Zauber ist halt ein D-Sit-Nice. Man soll bloß aufpassen, dass er ihn wahrscheinlich nicht trifft, aber ja. Hab dich. Ach, und da muss man rüber. Okay, man darf aber wahrscheinlich nicht das Wasser berühren. Und das da unten steht Unterwasser. Ah, doch, auf den Teil kann man langlaufen. Dem anderen fällt man halt bloß runter. Da geht's definitiv hoch. Goldene Rune 12, Alter, das hat sich ja richtig gelohnt. halt süß, Junge. Von hier darüber. Da oben war dann kein Item mehr. Ich dachte schon, das könnte man ohne Torrent nicht schaffen. anscheinend aber schon. Oh. Bosskampf hab ich hier gehört. Ne, aber irgendwie das fällt jetzt gerade ein bisschen mau aus. so. Eins, zwei, zwei, pioneers, Untertitelung des ZDF, 2020